Hallo zusammen, Thomas hier. Heute geht es um eine Kamerafunktion, einen Kameraknopf, eine Kamerataste, die eine der wichtigsten Tasten und Funktionen an unseren Digitalkameras ist. Erstaunlicherweise scheinen die meisten Fotografen und Fotografinnen diese Taste, diese Funktion überhaupt nicht zu kennen. Wie komme ich da drauf? Ich werde in diesem Jahr die Tausendergrenzmarke erreichen, derer, die bei mir eine Fotoreise, einen Fotoworship gemacht haben. Und die allermeisten dieser inzwischen fast im Laufe des Jahres 1000 oder über 1000 Teilnehmer machen immer den gleichen Fehler. Denn sie benutzen diese Funktion, diese Taste, um die es heute geht, nicht. Und sehr viele wissen erstens noch nicht mal, dass es dafür eine Taste gibt und zweitens natürlich dann auch nicht, wozu oder was man mit dieser Taste machen kann. Und genau darum soll es heute gehen. Ich zeige euch heute eine der wichtigsten Kamerafunktionen, die nach meiner Einschätzung wichtiger ist als Autofokus, wichtiger ist als Bildstabilisierung, Sensorstabilisierung. Denn es geht, warum machen wir Fotos? Es geht ums finale Bild. Und diese Funktion hilft uns auf die einfachste Art und Weise dabei, das Bild so gut wie möglich zu machen. Die Bildkomposition bestmöglich zu machen. Und ohne die Funktion geht das nicht, beziehungsweise nur sehr, sehr schlecht. Bevor ich euch diese Taste zeige, gucken wir uns erst mal das Problem an. Wie sieht denn so das Displaybild unserer Kameras aus? Das sieht bei jeder Kamera anders aus. Jeder Hersteller hat die Informationselemente an anderen Orten eingeblendet. Aber grundsätzlich sieht es durchaus bei den meisten Kameras so aus, wenn wir auf das rückwärtige Display unserer Kamera gucken. Wir haben schön am Rand alle Informationselemente, die man da so einstellen kann. Wir können natürlich konfigurieren, wie viele wir sehen. Grundsätzlich aber sind sie immer am Rand angeordnet. In der Bildmitte wäre auch ziemlich blöd. Aber was ist das Problem? Diese technischen Informationen verdecken uns einen nicht unwesentlichen Teil unseres eigentlichen Fotos. Bei manchen Kameras habe ich das gesehen. Da werden entweder alle oder Teile dieser Bildinformation sogar noch durch einen dunkelgrauen Hintergrund abgehoben. Sodass man noch weniger sehen kann, was sich hinter diesen Informationselementen befindet. Zu was führt das? Wir gucken im Wesentlichen in die Mitte des Bildes und vergessen den Rand. Lassen den Rand bei der Bildkomposition mehr oder weniger außer Acht. Und das ist fatal. Denn das kann dazu führen, dass unsere Bildkomposition nachher eine ganz andere ist, als wir eigentlich haben wollten. Dass wir plötzlich Dinge im Foto sehen, wenn wir das eigentliche Foto später beispielsweise am Rechner betrachten, dass da plötzlich Sachen auftauchen oder auch fehlen, die wir eigentlich drin haben wollten im Bild oder die wir eben nicht drin haben wollten. Denn wenn wir uns mal angucken, was ist denn das eigentliche Bild, was wir sehen und wie viel wird verdeckt, dann habe ich das hier mal ganz grob mit diesem gelben Rahmen markiert. Und alles, was außerhalb des gelben Rahmens ist, ist eigentlich für die eigentliche Bildkomposition weg. Beziehungsweise wird auf jeden Fall gestört. Ich habe mal drei Fotos rausgesucht, sodass wir sehen können, wie viel Bildinformation geht uns denn im schlimmsten Fall verloren, um eigentlich das Foto zu machen. Und dazu mache ich mal das, was ich gerade ansprach, was bei einigen Kameras der Fall ist. Ich mache mal einen grauen Rahmen da drum. Und dazu gucken wir uns mal ein erstes Foto an. Das ist das, was wir im Wesentlichen sehen, weil wir ja gezwungen werden, von diesen Informationselementen in die Mitte zu gucken. Das ist das, was wir im Wesentlichen beim Fotografieren wahrnehmen. Was wir aber sehen sollten für die eigentliche Bildkomposition ist das hier. Wir sehen zum Beispiel nicht, wenn wir das einschalten wieder, durch die Informationselemente wird hinten die Bergkette angeschnitten oder läuft die weiter. Und wenn sie weiterläuft, wie weit läuft sie denn? Habe ich noch ausreichend Himmel, sodass ich das nicht anschneide? Wie sieht es aus mit den randlichen Elementen? Habe ich den See nun komplett mit drin oder habe ich den nicht komplett mit drin? Läuft er schön noch aus, sodass ich das Seeufer sehen kann? Oder geht mir da was verloren, weil der See so ein bisschen an einigen Stellen aus dem Bild rausläuft? Wie sieht es aus hier unten mit dem Vordergrund? Habe ich genau das im Vordergrund, was ich sehen will oder nicht? Also wir sehen, dass wir sehen, dass uns eine ganze Reihe an wichtigen Bildinformationen verloren gehen, weil wir da nicht so genau hingucken, da wir störende Elemente da haben. Zweites Beispiel, Aufnahme in Venedig. Wenn wir uns da den Rahmen einblenden, auch da sehen wir oder nehmen wir aktiv bewusst nur einen Teil des Fotos wahr. Aber es fällt uns schwer, wenn wir jetzt da oben die ganzen Informationselemente haben, zu beurteilen, ist die Spitze dieses Kirchturms, ist die vollständig, das können wir wegnehmen, ist die vollständig mit drauf? Wie sieht es aus mit dem Rand hier unten, dem unteren Bildrand? Ist die Laterne vollständig drauf? Steht die noch auf dem Boden oder haben wir die angeschnitten? Wie sieht es aus mit den Säulen? Ich wollte ganz bewusst einen kompletten Torbogen mit drin haben und den angrenzenden auch. Funktioniert das in dem Maße? So können wir das Bild sehen, wenn wir die Informationselemente alle ausschalten mit der entsprechenden Taste. Und das ist eigentlich das, was wir im Wesentlichen wahrnehmen, wenn wir diesen ganzen Informationsvierlefant da drumherum auch noch mit im Bild haben. Letztes Beispiel ist diese Aufnahme. Schöner klassischer Wildbach. Und wenn wir die Bildkomposition so beurteilen, führt das eigentlich dazu, dass der Wildbach zu sehr links am Rand ist. Es könnte durchaus sein, dass wir dazu neigen, das Bild so zu schwenken, nämlich nach rechts, dass wir mehr von dem Wildbach rein kriegen. Und wenn wir das Bild dann so komponieren, später aber das Bild am Computer betrachten, sehen wir, dass eigentlich genug Rand gewesen wäre. Und hätten wir den Wildbach nach rechts geschoben, wäre hier plötzlich zu viel. Also das Ganze stört ungemein bei der optimalen, finalen Bildkomposition. Und deswegen unbedingt darauf achten, dass ihr diese ganzen Informationsvierlefants für die Bildkomposition ausschaltet. Wenn es euch darauf ankommt, und davon gehe ich fest aus, dass ihr das bestmögliche Foto machen wollt, dann müsst ihr in der Lage sein, die Bildkomposition bestmöglich zu beurteilen. Und das geht nur dann, wenn wir diese ganzen Technik-Informationsüberlagerungen abschalten. Und wie schalten wir das ab? Das ist bei jedem Kamerahersteller anders. Das heißt anders, und es befindet sich an den verschiedenen Kameras der Kamerahersteller auch an unterschiedlichen Orten. Bei Canon zumindest ist es die Info-Taste. Da bekommt man ein rollierendes Menü. Und eine der Einstellungen ist, dass alle Informationsüberlagerungen ausgeschaltet sind, und wir sehen nur das reine Foto auf dem Display. Bei Nikon ist es die Display-Taste, auch ein rollierendes Menü, gleiche Funktion. Und bei Fuji, hier unten, ist es die Disp-Back-Taste, die im normalen Kameramodus auch diese Funktion erfüllt. Bei anderen Kameras, anderer Hersteller, ist es möglicherweise eine andere Taste. Solltet ihr tatsächlich auch noch nicht wissen, erstens, dass es diese Funktion gibt und wie man sie ein- oder ausschalten und ausschalten kann, dann guckt auf jeden Fall im Handbuch eurer Kamera oder im Handbuch zu eurer Kamera nach, um diese Information einmal zu finden und für alle Ewigkeit zu wissen, wo und wie ihr das ausschalten könnt. Das Interessante ist, wenn ihr nicht mit dem Display fotografiert, sondern über das Okular fotografiert eure Kamera einstellt, durch den Sucher guckt, dann haben wir bei allen mir bekannten Kameras so gut wie keine Überlagerungen. Dann finden sich nämlich diese Informationen innerhalb oder in dem schwarzen Rahmen, der das eigentliche Bild umgibt. So dass wir dann beim Sucher, beim Blick durch den Sucher, durch das Okular, dieses Problem nicht haben. Und deswegen ist es ergänzend eine sehr gute Idee, so oft es irgendwie möglich ist, mit dem Okular oder durch das Okular eurer Kamera zu fotografieren und nicht das Display zu suchen. Also immer dann, wenn ihr die Kamera ins Auge halten könnt, nutzt den Blick durchs Okular. Das hat noch eine ganze Reihe weiterer Vorteile. Habe ich auch in dem einen oder anderen Video in der Vergangenheit auch schon mal erwähnt. Und unabhängig davon aber, wenn ihr störungsfrei Bildkomposition machen wollt, dann auf jeden Fall das Okular nutzen und beim Display eben die entsprechende Taste. .